so freunde herzlich willkommen zum ersten tag des sturmangriff turnier ist alles sehr schnell drei sterne lila ist gesperrt und das heißt wir können keine true evil aufstellen dafür stellen wir jolly auf ich habe jolly gestern noch gelevelt limit break drauf gegeben genau für dieses turnier also explizit wirklich nur dafür und natürlich auch für andere rush turniere aber wirklich nur drei sterne rush und ja wir werden mal sehen wie er sich so in der defensive macht wir werden ihn auch in der offensive mitnehmen ich bin einfach mal gespannt was da so auf uns zukommt das ist die konstellation ist auch die defensiv truppe drunter also da hoffe ich mir auch ein bisschen was es ist sehr defensiv in der mitte eigentlich nicht so mein stil aber so den gegner tod heilen und über zeitgewinn ist auch ganz schick muss ich musste ich auch schon über mich ergehen lassen warum der gegner nicht auch jetzt und wir schauen mal ja es ist immer weiß ich auch nicht was läuft okay sehr cool ja sehr cool jolly regelt sehr schön okay dann wollen wir hoffen dass wir nicht so oft gegen jolly selber kämpfen müssen und dann ist alles erst mal gut so was sehen wir hier ja das ist auch drei heiler ne gut ja ist level 41 also von daher nicht schlecht okay so die da können wir nicht nehmen das heißt wir sind ein bisschen frei in unserer wahl und nehmen ihn mit wir brauchen auf jeden fall ein boni entferner das ist klar das wird er sein der dann auch blockiert falls er erben sollte irgendeinem grund dann könnte man noch überlegen ob man jemanden mit ihm das umkehrt also der zum bisschen geteilten schaden umkehrt aber es wäre jetzt auch nur eine sache wo ich sagen würde muss nicht unbedingt sein wir könnten sie mitnehmen so und dann nehmen wir noch ähm nehmen wir noch geld mit oder wir können auch nur können auch grün nehmen habe ich auch kein problem ist ja relativ kann das auch so spielen das ist jetzt aber keiner so so auf krampf dabei wo ich jetzt richtig stark vor angst haben müsste also von daher das ist ja im endeffekt wolamog und jarif und der ist noch nicht mal fertig also das ist halt wenn wir wenn wir da durchkommen das ist eigentlich auch schon zu viel zu viel heilung was wir da haben warte mal er verstärkt das leben aber ich brauche sie halt als boni entferner und ich habe ihn als boni von wem soll er sterben na also seien wir mal ehrlich wer soll ihn großartig killen kann halt hier auch einen anderen helden reinbringen grün vielleicht auch ein bisschen hier ihn er entfernt auch boni das ist auch gut kann man das sogar machen er ist jetzt nicht ganz so stark aber das denke ich kann ich mir gegen den gegner erlauben wenn ich ehrlich bin auch wenn er drei doppelt gelimit bricht hat aber das sind alles defensive leutchen so okay schauen wir mal im grün gelb blau grün gelb blau ist ja irgendwie nicht so wirklich was da aber das mal okay ist ein bisschen was hochgekommen das ist ganz gut Jetzt spielen wir gelb in grün in rot und das geht dann hier wiederum auch in den grünen So, schön Jukahein ist auch am Start, perfekt So, jetzt machen wir Jukahein an Immunität drauf So, wir machen Zarl an Okay, oh ja, da hinten ist schon tot Ähm Den Gefahrs werden wir nicht wegkriegen Deswegen kümmern wir uns hier um die Sehr gut Okay Ich habe schon befürchtet, ich würde Jolly nicht ankriegen Okay So, sehr gut Ja, machen wir 45% reduziert Junge, Junge, Junge Das ist halt schon echt Echt krass So, und wir haben ganz viele Minions, das ist auch immer ganz nett Okay, das war schön Sehr gut Grevele Mit rot Nehmen drei rote mit Jukahein brauche ich nicht Also sind wir ein bisschen Bisschen flexibel, was das angeht Nur Jolly bleibt drin Wir nehmen ihn mit Wir nehmen Ja, wir machen das anders Wir packen Skrekok dahin Und Sudri nehmen wir mit Wir packen Jolly dahin Und weißt du was? Ich würde eigentlich auch mal Den hier mitnehmen Den Diesen quasi Statt Gift Geben wir Immunität Gegen neue Statuseffekt Boni Da muss ich nur mal gucken Ob das bei dem Gegner Überhaupt Sinn macht Kein Attack Up Ich bräuchte eher was mit Überheilung Das wir spielen 3-1-1 Wieder Ich habe Jolly mit Überheilung Aber wir nehmen auch Fass mit Das passt schon So Kandidat hier Kriegen wir noch die defensive Truppe Wir machen das jetzt mal ganz Ganz akkurat Die kriegen die angreifenden Truppen Okay, let's go Schauen wir mal Schön Das ist sehr viel Rot Das ist Das ist Klasse Na gut Wenn wir Jolly anhaben Gibt uns das ja erstmal Womöglich genügend Zeit Um ein rotes Board Irgendwie In Angriff zu nehmen Also schauen wir mal Wir spielen den Diamanten Das war schon mal ein roter Stein Die Kombo ist stark Und da kommt auch das rote Match rein In die Oh In die In die 10er Kombo rein Ja Da reicht natürlich dann auch ein rotes Match Das ist schon Schon krass Aber das war es halt auch erstmal wieder Also wir kriegen dieses ein rote Match Hier haben wir noch ein rotes Match Aber ich will erstmal Hier so Zwischenspielen Und mal gucken Jolly brauche ich noch nicht Wir haben so viel Leben Ist alles aktiv So Okay Varkas kommt Lala kommt Wir haben Immunität drauf Wir haben alles drauf So Gehen wir hier hin Weil die Poppy ist am stärksten geschwächt Gut Den Halo lasse ich da Nämlich Oder Sollen wir auf ihn drauf gehen Oder Ne Wir gehen hier hinten hin Schön War sogar guter Damage Ja man hätte erst Erst Buster noch machen sollen Erst Krekuk Buster Sudri Wissen wir fürs nächste Mal Weil jetzt ist das Problem In Anführungsstrichen Dass ich Eigentlich nicht in Halo Spielen will Aber anscheinend Vielleicht kann ich es raus Zögern Bis meine Minions Varkas killen Sehr lustig Dann machen wir extra nochmal einen Minion Also langsam Ja scheiße Ich muss spielen Keine ändern Jawohl Das hat gereicht Haha Sehr gut Okay Dann kümmern wir uns Jetzt nur noch um ihn hier Sollte vom Prinzip her Auch nicht mehr Das größte Problem sein Hat eigentlich so ein Lakai 131 Das ist gar nicht mal so So wenig Eigentlich könnte man auch Erst Buster Dann Skrekuk Und dann Sudri Also so Egal wie man es rät Sudri sollte der letzte sein Der angreift Okay Volamorg Sollen wir blau machen Volamorg Mondfalke Ich würde tatsächlich auch Jolly und Phas lassen Und würde jetzt hier mit Mit blau spielen Und Wir könnten es auch ein bisschen Anders gestalten Und es so machen Ich hatte erst überlegt Warte mal Brauche ich einen Jukahein Warte mal Nein Brauche ich nicht Ähm Brauche ich Viel Heilung Ich auch nicht Ich habe ihn Ich habe sie Mit ihren Minions Ja das reicht Gut Nur nochmal Einmal Truppen checken Da ist nämlich Falsch So Ja den Nordri Ich habe ihn ja jetzt Neu kostümiert Ne Vorher so Jetzt mit dem Kostüm Habe ich dann gesehen Mit dem Schaden Dass das jetzt ein bisschen mehr ist Also weil hier war vorher 245 auf 1 Und nahen Gegnern gering Ne Also die Hälfte davon Ähm Dann habe ich halt gesehen Okay 220 auf 3 Das ist dann besser Also Füllen wir den kostümierten Nordri Und dann Gucken wir mal Let's go Durch Jollies Minions Können wir auch Äh Die Würmer hier Äh Rausdrücken Hört sich jetzt in dem Fall Tatsächlich echt nicht Nicht lecker an Aber Weiß was ich meine Ja Ähm Das geht natürlich dann So Wenn wir Glück haben Kommt hier Lila Und wir haben eine Kombo Okay Würde es gerne nochmal versuchen Und Falke müsste weg sein Jawohl Tschüss So Wir machen Dorn an Und ich würde sagen Wir gucken Dass wir uns hier halt Mittig Ein bisschen Durchprügeln Genauso Können wir hier hingehen Warum hat Jolly denn schon so viel Schaden Kriegt Was war denn da Durch was Sie ist dem starken Hit ausgewichen Ne Und siehst du mal Diese 35% Mana Die wir da kriegen Was das für ein Für einen Impact macht Wir haben nur drei Steine geghostet Ne Mal vorstellen Wir haben nur drei Steine geghostet Und die Helden waren alle wieder am Start Ist halt schon Schon krass stark Ich glaube so ein Jolly Kannst du auch eigentlich Nur mit einem Jukkahain neutralisieren Ne So wir haben hier Mondfalke Ich würde sagen Wir bleiben bei dem Blauen Ja wir bleiben bei dem Team Sind drei Hitter Ja vielleicht Doch Ein Heiler Ne das reicht Jolly ist schon so gut Dass er uns Zeit gibt Dass wir vielleicht mit Dorn Dann die Minions hochkriegen können Das sollte schon hinhauen Und du siehst auch Ich spiele halt auch ein bisschen schneller Hier bei drei Sterne Ne Einfach auch so ein bisschen Ortbewegung hinkriegen Und jetzt müsste Jolly am Start sein Perfekt Stark Jetzt sind wir eigentlich erst mal Ich habe den roten Diamanten gesehen Aber bringt mir halt nichts Ich brauche blau Und da konnte ich halt viel Jetzt irgendwie clear 71 Was für ein Teufel 71 Schaden Das ist albern Okay Gucken wir mal weiter Ich sehe hier die blaue Bombe Aber das bringt mir halt Alles nichts Weil wir werden jetzt mal Die blaue Bombe hier Tatsächlich einmal machen Ach guck mal Es wurde reflektiert Auch auch schön Danke Danke für die Heilung Über Zeit Reketre So Okay Gehen wir auf Ulmer Würde ich sagen Sehr schön Machen Jolly wieder an Gehen hier hinten hin Ich wollte nicht beide Diamanten Auf einmal machen Tatsächlich Weil ich das schon Ich sage mal Einigermaßen Kontrolliert hier Runterspielen möchte Ja das ist brutal stark Es brauchen halt nur Drei geghostete Steine Um dein Dein Stack Dann voll zu kriegen Das ist halt schon Er ist brutal gut Okay Lila können wir nicht nehmen Also bleiben wir bei blau Weil wir zwei rote Gegner haben Wir könnten jetzt hier überlegen Weil hier sind jetzt auch Ein paar Boni im Spiel Dass wir hier Ähm Dawn rausnehmen Und ihn Jukahain reinpacken Und hier Fast Hinstellen Man könnte jetzt auch Überlegen Ob man Reketre Da rein stellt Aber ich Würde es tatsächlich In dem Fall Hier mit einem Auf dem 311 311 Lassen So Okay Ich brauche gar nicht Meinen Strauchbären Merkse Jolly regelt Das alles Irgendwie alleine So Da es Reketre ist Können wir da auch Erstmal ein bisschen Reinspielen Und wenn wir Jolly das erste Mal anhaben Sieht das schon mal Ganz gut aus Hier haben wir Eine größere Kombo Die ich gesehen Habe Und machen Wollte So Perfekt So haben wir nämlich Die meiste Bewegung gehabt Jetzt würde ich Tatsächlich auch Sagen Wir machen Hier nochmal An Und spielen Das jetzt So Heißt Wir kriegen Hier auch Den einen Blauen Mit So Die lösen Jetzt hier aus Die Multiheater Aber das ist gar nicht Mal so schlimm Weil wir haben Weiteren Minion Und Schaden Wird reduziert Das heißt Uns geht es Eigentlich Extrem gut Und wir haben Ganz viel Überheilung Das heißt Wir können Eigentlich Eigentlich Können wir Zu dem Zeitpunkt Jetzt hier schon Fast gar nicht Mehr sterben Wenn man ganz Ehrlich ist Eigentlich geht Das schon Nicht mehr Und ich würde Tatsächlich auch Jetzt hier hinten Erstmal hingehen Weil die Mitte Können wir nicht Killen Deswegen killen Wir jetzt hier hinten In der Ecke Ein So Machen wir das Halt so Stückchenweise Was ja auch Vollkommen in Ordnung Ist So Hier kriegen wir Jetzt Ein gelbes Match Gelb Lila Das ist auch Gut Jawohl Schön Und haben sogar Noch vier Steine Unter Reketre Das ist halt Der Vorteil Bei Reketre Obwohl Eigentlich Auch Wenn man Gegen Jolly Spielt Wenn du Deine Juckehaien Angriffs Dann kannst du Das halt Auch Komplett Blockieren So Und wir Gehen Jetzt Im Endeffekt Hier Auf Sally Um uns Eine Seite Komplett Frei zu Boxen Meine Blauen Sind Auch Extrem Stark Also Die Machen Habe ich Gerade Schon Gesehen Die Machen Extrem Viel Schaden Ja Ich brauche Eigentlich Nicht Auslösen Ich habe Genug Overheal So Dann Gehen Wir Hier Hin Dann Gucken Wir Das Hier An Vielleicht Kommt Da So Blau Noch Nach In In dem Fall Nicht Aber Vielleicht Hier Auch Nicht Aber Wir haben Jolly Wieder An Machen wir Das So Und Vier Steine Reichen Fast Haben wir Hier Noch Den Einen Stein Machen Machen wir Beide Mal An Und Dann Killen Wir Jetzt Den Ambaster Wobei Ich werde Mit Velen Hier Hinten Drauf Gehen Weil Die Blauen Sollten Basta Auch Killen Perfekt Okay Also Mit Jolly Total Gut Mal Gespannt Wie es Wird Wenn man Gegen Jolly Selber Spielen So Intensive Weiterhin 13 Perfekter Tag Gar nicht mal So weit Hinter Dem Ersten Jolly Mit Limit Break 2 Kann Seid Nicht Besiegen Hier ist Er Der Ist Auch Oh Okay Okay So einer Ist Das Alles Klar Okay Okay Ähm Master Emblem Here we go Nicht schlecht Hatten wir Jetzt aber Noch Gar Kein Von Also Wir hatten Kein Mit Master Emblem Oder Der War Der Eine Noch Nicht Mal Nein Auch Nicht Aber ich Bin Überzeugt Die werden Noch Kommen Die Master Emblem Die Die Werden Wir Auch Sehen Aber Muss Noch Nicht So Früh Sein Gut Das war Der Erste Tag Vielen Dank Für Zuschauen Und Wir sehen Im Nächsten Video Macht Es Gut Nein 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 Macht Es Ja Ist Da Gut Hier Hallo Und Zwar Hier Obwohl Ne Doch Nicht Obwohl Doch Er Kommt Doch Gucken Wir Uns Croum Croum An Mr. Croum Der Super Elementar Held In Grün Er Kommt Daher Als Druide Was Ja Vollkommen Okay Wir Wollen Ihn Nicht Diskriminieren Dafür Das Passiv Der Super Elementar Helden Kennen Wir Im Ende Effekt Auch Schon Das Ist Nichts Nichts Neues Also Dieser Held Erleitet Weniger Elementarschaden Durch Truppen Des Stärkeren Elements Ja Alles Gut Ja Von Mir Aus Also Rote Truppen Hauen Da Nicht So Krass Rein Wie Auf Andere Grüne Helden Und So Weiter Das Ist Ja Alles Ganz Nett Ne Das Sind Aber Nur So Kleinigkeiten Genau Das Hier Wie Mit den Kraftjuwelen Dass Sie 20 Schaden Pro Runde Machen Und Wenn Sie Zusammengefügt Werden 10 Schaden Das Das Ganz Nett Ja Dadurch Hat Man Auch Schon Mal Einen Helden Gekillt Der Wenig Leben Hatte Aber Das Ist Jetzt Kein Kein So Ganz So Großer Impact Wir Haben Als Alpha Fähigkeit Änderungsreflexion Ja Okay Komm Hier aus Tatsächlich Eine Der Alpha Fähigkeiten Mit Den Ich Am Aller Wenigsten Was Anfangen Kann Aber Muss Auch Da Sein So Werte Ja Kannst Ja Vorstellen Neuer Held Deswegen Schon Mal Gute Werte Darf Nicht Vergessen Hier Sind Jetzt 25 Embleme Also Die Master Embleme drauf Gut Was Aber Wichtig Ist Ist Das Special Und Das Gucken Wir Anruf Der Elemente Die Super Elementar Helden Haben Ja Immer So Die Fähigkeit Mit Anderen Elementen Irgendwie Was Anzustellen Ja Wenn Man An Quinn Denkt Zum Beispiel Den Blauen Heiler Den Blauen Super Elementar Heiler Der Macht Komplett Status Block Und Rote Helden Haben Dann Glaube Ich Blindheit Und Hier Und Da Und Dort Nur Das Eigene Element Da Passiert Nichts Gegen Er Wird Nichts Gegen Grün Machen In Der Regel Wenn Man Gucken Sie Sie Macht Auch Nichts Da Sehen Wir Eis Feuer Dunkel Und Heilig Also Gegen Das Eigene Element Machen Sie Meistens Nichts Das Heißt Wenn Man Einen Super Elementar Held In Grün Mit Grünen Helden Angreift Trägt Man In der Regel Keinen Mal Los Außer Der Macht Irgendwas Was Er Allgemein Auf Alle Helden Macht Egal Welche Farbe So Er ist Mittel Okay Ja Wir Haben Schon So Viele Mittlere Brecher Mittlerweile Hier drin Das Ist Jetzt Auch Nicht Mehr So Schlimm Erhöht 800 800 Verstärkte Gesundheit Das heißt Es geht Über Das Maximale Leben Hinaus Das Ist Schon Mal Stark Wenn Man Jetzt Mal So Das Mit Anderen Heilern Vergleicht Ja Also Wenn Ich Das Jetzt Einfach Mal 800 Verstärkt Wenn Ich Das Jetzt Einfach Mal Mit meiner Ariel Vergleiche Die Ich Bis Vom Letzten Krieg Immer Noch Gespielt Habe Wenn Ich Sehen Jetzt Hier Irgendwo Finde Hier Schon Verstärktes Leben 520 Bei Mittel Wo man Darf Jetzt Natürlich Nicht Vergessen Die Season 2 Held Auch Schon Ein Bisschen Her Aber Gut Ja Jedenfalls 800 Verstärktes Leben Ist Viel Das Können Mal So Erstmal Festhalten Erhöht Zusätzliche 50 Verstärkte Gesundheit Für Jeden Naturschild Bis Zu 1400 Das Heißt Er hat 800 Safe Die Er Macht Und Wenn Da Jetzt Zwei Naturschild Sind Gibt 900 Weil 100 Zusätzlich Damit Habe Ich Immer So Meine Gewissen Probleme Weil Das Ding Ist Wenn Du Mit Grün Spielst Dann Lädst Du Mit Den Grün Steinen Dein Mana Und Es Selten Der Fall Dass Wenn Du Deine Helden Geladen Hast Dass Du Danach Noch Viele Steine In Deiner Farbe Hast Wenn Wenn Dem So Ist Hast Du Höchst Wahrscheinlich Dann Sowieso Gewonnen Das Match Aber Man Muss Ja Mal Davon Ausgehen Dass Man Mit dem Minimum An Steinen Irgendwie Was Machen Muss Deswegen Finde Ich Immer Solche Effekte Die An Steine Gebunden Sind Immer Extrem Schwierig Ja Das Hatten Wir Bei Grilka Auch Schon Wenn So Und So Viele Also Bei der Gelben Super Element Tartante Wenn So Und So Viele Steine Sind Dann Wird Der Spott Und Alles Was Sie Tut Dann Nicht Disbellt Werden Also Nicht Entfernt werden Gut Aber Du Muss Erstmal Diese ganzen Steine Dann Haben Ja Hier Haben Wir Natürlich Den Vorteil 800 Ist Eine Starke Basis Die Man Alles Was Da Drüber Hinaus Ist Das Ist Natürlich Dann nochmal Schöner Bonus Und Mal So 2 Oder 3 Oder 4 Die Hat Man Schoma Dann Darum Liegen Ja Und Bei 4 Steinen Wären Das Noch 200 Dazu Also 1000 Und Das Ist Schon Massiv Also Ein Heiler Der Um 1000 Heilt Das Über Das Maximale Leben Hinaus Geht Also Das Ist Schon Sehr Stark Und Wie gesagt Diese 4 Steine Es Ist Wahrscheinlich Dass Man Sie Haben Kann Also Von daher Auch Wenn Ich Das Nicht Mag Ist Es In Dem Fall Jetzt Nicht Zu Irgendeinem Nachteil Oder So Was Oder Also Ich Jetzt Sagen Würden Ja Das Ist Aber Eher Blöd Gemacht Es Gibt 50 Gesundheit Verstärkte Gesundheit Bonus Das Ist Gut Bis Zu 4 Steine Kann Man Schon So Immer Mit Rechnen Dass Man Die Womöglich Dann Hat Und Dann Sieht Das Sehr Ordentlich Aus Und Jetzt Geht Es Noch Gehner Oder Mit Den Ganzen Anderen Elementen Alle Eis Gegner Allein 1400 Sand Schaden Über 4 Züge Okay Das Ist Schon Mal Nicht Schlecht Das Sind 350 350 Ne Ja Ja 250 Okay Schon Mal Gut Alle Feuer Gegner Alle 1400 Wasserschaden Über 4 Züge Okay Alle Dunklen Gegner Erhalten 1400 Brandschaden Für 4 Züge Und Alle Heiligen Gegner Erleiden 1400 Giftschaden Über 4 Züge Das Ist Extrem Stark Ja Wenn du Das Mit Jemandem Zusammen Packst Keine Ahnung In meinem Fall Ja Ich rede Ja immer So Von Mein Helden Rocket Mit Sein Bombenschaden Radia Mit Brandschaden Nehmen wir jetzt einfach mal Hab ich ja nicht Aber Xi Die Skorpion Tante Wo ich übrigens Also ich muss ja mal sagen Ich finde Ich finde wirklich Dass der Sound des Specials von Xi Mega geil ist Finde ich Mega geil Und mega passend Ich glaube Das ist vom Sound her Eins der Meiner Lieblings Specials Ja Ähm Weiß ja nicht Vielleicht weil ich die GNA auch hätte Oder so Ich weiß es nicht Aber Ähm Wenn man das kombiniert Und dann Ist ja das Gift Der Gift Schaden Der viel ist Ja Das wäre natürlich jetzt so Dass der Gift Schaden sich denn hier Überschreiben würde Wobei Ich glaube nicht Ich glaube der Der Gift Schaden von Xi Gewinnt immer Weil er ja nicht Ähm Cleanbar ist Ne Das heißt Äh Wenn der Gift Schaden von Xi ist Und da ist irgendein Äh Ein gelber Gegner Und du feuerst ihn Dann wird der Wird das sich nicht ersetzen Sondern der Gift Schaden von Xi Weiter sein Aber Gut mit einem Äh Hier Der Brandschaden oder sowas Das wird sich dann Äh Mit Aradia dann tauschen Aber Halt nur bei den dunklen Gegnern Ja Wenn da jetzt kein dunkler Gegner Mehr da ist Dann haben die halt alle Sand, Wasser und Gift Schaden Und du kommst dann mit Deiner Aradia mit Brandschaden Noch dazu Zum Beispiel Ja Ähm Kann man ja auch theoretisch So kombinieren Ne Also wenn man jetzt sieht Jo da ist jetzt Beim Gegner ist kein Kein dunkler Also kein lila Gegner Dann kann ich ihn mitnehmen Und eine Aradia Wenn ich sehe Da ist kein gelber Gegner Dann kann ich ihn und Xi Zum Beispiel mitnehmen Oder Äh Wasserschaden Irgendeiner der Wasserschaden Mir fällt jetzt spontan Wähler ein Die nimmt jetzt keiner mehr mit Aber Sagen wir jetzt einfach mal Da ist jetzt kein Feuer Gegner Also nehme ich ihn und Wähler mit So dann haben Setzen sich trotzdem die ganzen Sachen Und der Wasserschaden Den hast du dann noch Als zusätzlichen Effekt Wenn du halt nichts irgendwie Doppeln möchtest oder so Ja Also Das ist schon Das ist schon gut Also 1400 Schaden Über 4 Züge Es ist natürlich auch So dass man es halt auch relativ Leicht sage ich mal Clean kann Aber du hast halt Ein Ein Heiler Der zusätzlich Bei allen Gegnern Auch einen guten Schaden macht Und das Sehe ich als Ähm Einen soliden Helden An tatsächlich Ja Ein solider Support Mit Oder Ein Schon mit 800 verstärkter Gesundheit Ein ziemlich guter Support Mit Noch Ähm Damage Effekt Was willst du mehr Ja Das ist halt so ein bisschen Genauso wie bei Shah Macht Schaden und supportet dich Also so ein So ein Hybrid hält Und ähm Die sind eigentlich immer ganz Ganz hilfreich Also von daher Wer ihn kriegt Ja Ähm Man kann ihn Ich würde tatsächlich Mich hier drauf beschränken Ähm Auf Turniere und Kriege Ja Nicht Events und Türme Und sowas alles Weil das ist alles über Zeit Und sowohl bei Events Als auch bei Türmen Hast du keine Zeit Du willst es so schnell Wie möglich machen Sei es selbst wenn du ihn mitnimmst Ja du hast die Heilung Aber Dieser Dieser ganze Sand Wasser Gift und Brandschalen Wird sich Wird nicht zur Geltung kommen Weil du halt so schnell da Also wenn du auf Score gehst Ne Dass du dich da so Ähm So lange mit aufhältst Dass da wirklich ein großer Impact Irgendwie kommt Wenn du sagst Ja das geht mir nur Ums Ums Durchspielen und so Und ums Schaffen Dann kann man ihn mitnehmen Der supportet dich richtig gut Mit Heilung Und gibt halt den Schaden Über Über Zeit Das wäre dann nicht schnell Aber wenn man wirklich Auf Score macht Und Gute Zeiten haben will Dann bringt dir halt keiner Was der Irgendwie Damage über Zeit macht Ne Das muss sofort Sofort knallen Ja also Primär Turniere Kriege Ne Sowas in der Richtung Auch Auch Titan Er macht nichts Was irgendwie Was ihm Prädestiniert Für einen krassen Titan Helden Oder sowas Ne Ist jetzt kein Elementarer Defense Down Kein Attack Up Für irgendwelche Leute Oder Dass der Schaden Irgendwie erhöht wird Beim Gegner Das hat er ja alles nicht Deswegen Ähm Bleibt für ihn Turnier und Krieg Jo Und den Würden wir gerne haben Den Siegfried nehmen wir auch Also einen von den beiden hier Einen von den beiden Vorgestellten Wir haben vier Beschwörungen Die machen wir jetzt noch Und dann sind wir Ähm Damit Auch durch mit dem Super Elementar Portal Da bin ich halt Nicht so wirklich Ein Freund von Ja Wenn die da sind Ja Ist Wenn da was kommt Ist schön Aber Das ist halt ein Portal Was ich Ähm Umgehe Sage ich jetzt mal so Wenn du wirklich Jedes Portal mitnimmst Wirst du ja eh Sowieso ramdösig Von daher Ähm Versuche ich da so ein paar Portale zu umgehen Das wäre Ja Wie gesagt Er Siegfried Ja Esman Ja Xandrella Ist halt schon fast Von den Werten her Schon wieder Ähm Nicht so geil Ne So Letzte Beschwörung Schauen wir mal Ob da noch ein Fünfer kommt Ja Der Hutmacher Was zum Teufel Ich weiß gar nicht Ob ich den Hutmacher Schon habe Ah Gibt es da nur Grüne Äther drin Oder war das jetzt Zufall Ich weiß nicht Ob ich den Den Hutmacher habe Na eigentlich nicht Eigentlich dürfte Der Hutmacher Nicht dabei sein Muss er wenn Dann hier unten Irgendwo sein Ah doch Ich hatte ihn schon Ah Schade Aber Ja ist doch ganz nett Jetzt brauche ich nur Das Kostüm irgendwann Aber weißt du Das ist ein Fünfer Er ist Er ist gekommen Bei Ähm Na Lapidaren Beschwörung Ja von daher Nehmen wir Nehmen wir Natürlich jetzt Das ist jetzt wieder ein bisschen Jammern auf hohem Niveau Ich weiß Wäre natürlich schön gewesen Wenn es ein Fünfer gewesen wäre Den wir noch nicht haben Ja Helios Garten Ekanite Grüne Ritter Ross Xandrella Die Liste ist lang Aber weißt du Ich könnte ja hier Ganz viel beschwören Aber Sehe ich halt nicht Ja Habe ich jetzt nicht so Das Ding ist Ich bin halt gesegnet Im Moment durch die Anderen Portale Dass ich da Helden habe Die ich leveln kann Und sollte Sodass ich nicht hier Extra mir irgendwie Einen grünen Anlachen muss Ja Von daher War gut Okay Dann jetzt aber Freunde Vielen Dank fürs Zuschauen Und wir sehen uns dann im nächsten Video Macht's gut Ciao 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 Ciao